Oh mein, schau dir das an, dringende Neuigkeiten, Kontroverse, der Vorstand hat alles entfüllt, die Fans waren verrückt nach dieser Nachricht, du wirst nicht glauben, aber bevor sie diese Neuigkeiten mit ihnen teilen, abonnieren sie den Kanal, damit sie diese Neuigkeit nicht verpassen, denn wir werden ihnen alles darüber erzählen, diesbezüglich sei der Druck schon da gewesen, mit Blick auf die Millionärsverkäufe von Phil Krug und Groove kurz vor Transferende, erklärt der Sportchef, so haben wir vom ersten Spieltag an gesagt, was wir hatten, einen Überschuss erzielen, das war eine große Herausforderung, Im Bremer Raum scheint das richtige Gefühl für die wirtschaftliche Situation des Bundesligisten nicht vollständig vorhanden zu sein, der Abgang von Galleonsfigur Phil Krug wegen des vorläufig schlechten Saisonstarts ließ bei Baumann zu früh Endzeitstimmung aufkommen, nach den drei verlorenen Spielen war die Erwartung, dass wir nicht nur einen Spieler, sondern auch zwei, drei Spieler verlieren würden, Top Performer verstehen das, das ist weit von der Realität entfernt, hinterlassen sie jetzt schon ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass sie die neuesten Werder News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen, vielen Dank, auch weiterhin, Der 47-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass der Abgang von Phil Krug schmerzt, doch Werder hat nur einen Stammspieler verloren und mit Naby Kita, David Kovnacki, Senne Lünen, Olivier Dehmann und Raphael Borre seien fünf potenzielle Stammspieler verpflichtet worden, betont er, in dieser Hinsicht ist unser Kader insgesamt nicht schlechter Wir sind mit der Zusammensetzung zufrieden und absolut davon überzeugt, dass wir mit diesen Spielern unser Ziel den Klassenerhalt erreichen können Es sei nie auszuschließen, dass Werder aufgrund der Überschüsse im Winter wieder auf den Markt kommt, sagt Baumann, dennoch gebe es noch keinen großen finanziellen Puffer, die aktuelle Situation gibt uns eine gewisse Sicherheit, wir können in Ruhe schlafen und sie sind auswärts auf einem guten Niveau Hallo Werder Bremen Fans, hat Werder Ihrer Meinung nach eine gute Besetzung oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unser Werder Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen Werder Bremen